Hyaluronic, Cocoa, Shea Butter, Tocopherol, Argan. Tocopherol, wer kennt das hier kein Englisch? Tocopherol, Argan. Ich kenne Tocopherol nicht. Tocopherol, Argan. Hast du dein Handy? Hallo und herzlich willkommen. Du hast dein Handy, dein mobile Handy. Ja, leg das Ding mal hin. Also so sieht er aus. Wir machen ihn mal eben kurz auf, damit ihr das seht, wie schön er ist. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich schön. Und wir haben, ich habe gehört, 25 sind es diesmal. Auch wenn ich gerade nur 24 sehe. Das ist ein September Adventskalender. Was? Steht drauf, 2022 ist September Adventskalender. Oh, kommt jetzt jeden Monat ein? Oh. Oh. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das doof ist. Ich weiß, ob man das so sieht. Das war eigentlich schrecklich. 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 Da können wir ja ein bisschen mehr nachdenken. Da können sie ihn ja auch so drücken. Nee. Wir legen ihn hin. Das ist einfacher, oder? Wir legen ihn hin. Das ist einfacher. Ja, da haben wir hier so ein kleines Platzproblem. So. Wäre cool, wenn wir ihn so hinter uns stellen könnten. Das wäre dann einfacher. Aber okay. So hat er jetzt, Tatsache, der hat 25 Kästchen. Ja, schon September Adventskalender. So, möchtest du anfangen? Ja. So, soll ich anfangen? Dann fangen wir doch. Oh, es fällt natürlich alles raus. Ja, weil wir ihn halt. Vielleicht ist es doch einfacher. So, was haben wir denn hier? Ja, ich will deinen Nacken. 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 Schatz, sag das nicht so genau. Golden Glow Body Oil. Okay, dann mache ich direkt weiter mit der 2. Ich mache mal hier so, damit es nicht rausfällt. Und was haben wir da? Und zwar von Kryolan. Ein Shadow Primer. Geil. Dann. Dann schmack, dann schmack weiter. Rein. Oh, jetzt sieht gut aus. Sebastian V-Shape. V-Shape. V-Shape, was denn da? Richtig. Strong Old Haarspray. Ah. Haarspray, geil. Haarspray ist immer, immer gut. Ich glaube auch unsere Frise. So, was war das, die 3? Wo ist denn die 4? Ja, den hatten wir auch. Aber da hat er denn noch 24? Genau. Ich habe immer ein paar Sprüche drin. A New Radiance Maximizing Gold Mask. Oh, eine Gesichtsmaske. Oh, eine Goldene. Oh. Von A New. Fünf, fünf, fünf. Ach, ich habe noch nie. Ritual of... Oh, Ritual. Das ist gut. Skin Face. Ja, morning in Bamboo. Ja, nicht mehr Skincare. Skin Brightening Face Exfoliator. Hallisch. Kannst du auf der Rückseite gucken, was es genau ist. Stimmt. Nikolaus. Und oh, ich sehe direkt was Großes. Uiuiuiui. Uiuiui. Oh, von Barbour. Von Barbour. Power Serum Ampuls Retinol. Wie viele sind hier drin? Sieben, drei, fünf. Ich sage... Normalerweise in der Größe ja sieben, aber es sind auch schon mal drungen stets. Weil es gibt ja auch schon mal nur weniger. A, zwei, ein bisschen hell. Da würde ich sagen, Nikolaus ist gelungen. So, ich habe schon die sieben. Die sieben. Was sagt die sieben? Nix. Die kann ja nicht reden. Stimmt. Aber du? Creme. Handcreme. Handcreme, ja. Von? Von... Loco... Kitane. Loco-tick-lo-b-b-b-b-b-b-b. Loco-tane oder sowas. Loco-tane. Ich weiß es nicht. Das hört ganz komisch aus. Loco-tane. Auszusprechen. Ich habe es schon gehört, aber ich weiß nicht mehr, wie es richtig auszusprechen wird. So, was ist das hier? Oh, das kenne ich gar nicht. Sky Division. Illuminating Balm. Okay. Bashir Butter and Olive Squalane. Squalane. Ja, ich würde sagen, das ist einfach eine Creme. Okay. Würde ich sagen. Ich habe stark für den neuen rausgeholt. Ein Pixi Skinwets. Ein Glow Mist. Ein Glow Mist. Ja. Weißt du was? Ich habe ja gestern mal ausgemistet unseren Schrank. Genau das habe ich weggeschmissen. Weil wir das hier noch nie benutzt haben. Also sieht man so, wir haben es so ein bisschen was heller gemacht. Ja, hauptschroff. Man sieht jetzt Katrin. Man sieht jetzt Katrin. Man muss nur die Hand dann davor halten. Man sieht die Teile auch. So, neun. Dann die zehn. Wo ist denn die zehn? Da ist sie. Oh, geil. Blast Changer. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Blumen Mascara. Die Mascara haben wir immer. Ne, ich meine auch genau die. Von Catrice. Ja. Wie ihr seht, von Catrice. Oh, Catrice. Mascara kann man immer hier gebrauchen. Also, das ist es, ne? Night Sleeping Felt. Irgendwas mit Schlafem Ungesicht. Irgendwas mit Schlafem Ungesicht. Von Chorus Night Brightening. Ja, ich sage jetzt mal, es ist eine Nachtcreme. Vermute ich mal. Ich kenne es auch nicht. So, die elf. Dann gehen wir weiter zu zwölf. Von Nui Cosmetics. Oh, Cosmetics. Natural Vegan Beauty. Better for your skin, better for the planet. Ah, ein Setting Powder. Transparent. Lass ich dir auch sagen. Ganz unten stehst. Und ich dachte mir, super, wir haben schon mal die Weltkarte. Oh, ja, oh, mein Rest ist nämlich leer. Nagellack von Nails. Nagellack. Nagellack. Der Hammer. In der Farbe, ja, rot oder so. Ja, ist halt weihnachtlich, die Farbe. So, von Vela. Oh, von Vela. Fusion. Von Vela, oh. Eine Haarmaske. Intense Repair Mask. Oh. Da bin ich aber gespannt drauf. Und meine Haare erst. Ich habe verschwärzt. Oh. Oh, hier. Nipfab Illuminate. Vitamin C. Illuminate. Illuminate. Vitamin C Fixed Tonic. Ein Toner. Ein Toner? Ein Toner. Ein Toner kommt doch in den Drucker, oder? Gibt es auch fürs Gesicht. So. So, 16. 16? 16. Pomegranate. Brightening Eyelift Serum. Eine Augenserum. Eine Augenserum. Eine Augenserum. So. Oh, das war das gar klein. Auch schon auf. Oh, ah ne. Oh, von Banana, Banana Beauty, Velvet Lip Mose. Muss ich den auch machen? Ja, mach mal auf. Kannst du auch beizen? Und dann sieht man auch die wunderschöne Farbe. Die wunderschöne Farbe. Sie ist geschmacksig. Was war das jetzt, die Nummer? 17, ne? 18. 18, okay. Hast du was an deinem Flur gehabt? Von Kiehl's. Deep Cleansing Foaming Face Wash. Also ein Cleanser. Ja, ein Cleanser. Ich hab bei mir im Kopf immer nur Cleanser, Cleanser, Cleanser. Das sind ja so dreckig. Schade. Ah, super. 19. X-Lash. Eyelash Serum. Pro Eyelash Serum. Das ist super, weil ich benutze gerade sogar ein Wimpern Serum von X-Lash. Okay. Und die 20 ist von Hello Buddy Aloe Light Hydrating Daily Face Moisturizer. Also ich bin nicht so der Fan von Hello Buddy, aber wenn ich Aloe höre... So Hawaii-mäßig. Nee, dann denke ich immer an Aloe Vera. Und Aloe Vera hat sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Ist sehr Feuchtigkeitssprung. Und dann werde ich wieder neugierig. Und am Großen ist 21. Ui. Das ist ja richtig. Ui, ui, ui. Was ist denn da? Oh, Bilou. Ja, Bilou. Oh, Bilou. Shampoo. Made White Love. Made White Love. Apricot Shake. Apricot Shake. Wie es riecht? Wie ein Shake. Wie ein Shake. Parcose. Ja, deswegen steht ja auf Apricot. Genau. So. 22, wo ist die? Schon groß. Man hat es noch vor feverisch gemacht. Wo ist denn die Zweien? Oh, guck mal. Groß zu klein. Oh, aber... Avantiolaronic, Cocoa, Shea Butter, Tocopherol, Argan... Tocopherol... Wer kenne sich kein Englisch? Tocopherol... Ich kenne Tocopherol nicht. ein lip balm ist es aber von avant, oui avant ist geil, ist teuer so der vorletzte 23 nicht ganz, der vorletzte, wir haben ja 25 du bist noch einmal dran, du darfst ihn auch schon mal before professional, von benefit, das ist ein primer für den machst du drauf, bevor du dich schminkst damit die schminke, der gut abgeht, festsitzt, genau wie, achso, nicht verrutscht, so ich dachte so wie früher, wenn man sich keiner mehr geschminkt hat, dass man erst creme suchen macht, sich dann schminkt, damit man die schminke nachher gut abkriegt was meinst du deswegen gemacht? aha, hab ich früher immer so gemacht, so meine, 24 ich weiß, du hast danach creme benutzt, damit die schminke wieder abgeht, so, heiligabend, heiligabend, oh mein gott, was ist denn hier alles drin, es gibt viel drin von lubia cosmetics, eyeshadow palette, lass mal eins zu, ne, es sieht voll nobel aus, komm mal, ui, noch mehr, und dazu oh, ai 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 pinsel, 1 2 3 4, 6 pinsel auch von lubia, wow, schaut euch das mal an Wow! Cream Shader haben wir Precision Blender, Soft Blender, Eye Contour, Round Blender und ein Full-Paste Brush. Full-Paste Brush. So, 25. Erster Weihnachtstag. Was gibt es denn am ersten Weihnachtstag? Guck mal. Von Invisalbobble. Ich wusste gar nicht, dass es davon noch Haarreifen gibt. Warum plapperst du mir jetzt alles nach? Ach mal, der sieht schön aus. Kannst du ja mal anziehen. Der sieht komisch aus. Guck mal, der hat ja hier Spitzes. Der kommt ja auch hinter die Ohren. Ja, tut aber weh. Ich glaube, der ist ja auch ein bisschen... Der sieht ja auch so klein aus, oder? Nee. Nee, der ist für den Zopf hinten. Guck mal. Deswegen hast du hinten so den... Ja, so. Stimmt. Aua. 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 Der hat aber echt eine Merkwürdige. Muss man sich zurecht biegen. Ja, das ist ein bisschen... Da muss man sich vielleicht noch was zurecht biegen. Das tut ein bisschen weh. Ja, hier. Das tut ein bisschen weh. Ja. Aber an sich ist die Idee süß, ne? Also ich habe zum Beispiel keinen Haarreifen. Ich auch nicht. Glaube ich zumindest. Ich brauche auch keinen. Ach, soll ich noch einen Haarreifen? Ja, gut. Da war das schon wieder, ne? Dann kann man sich zurecht biegen. Ich biege ihn gerade so ein bisschen. Da ist ja wieder ein Magnet hier. So. Ist das besser? Ja. Aber hier merke ich noch so ein... Ja, das war's. Aber davon abgesehen, ich wusste gar nicht, dass es von... Irgendwie so Bobble noch was anderes gibt. Ich dachte, da gibt es nur diese Hackgummis. Ach so, oh, das war das. Ah, okay. Ja. Aber okay. Man kann ihn sich zurecht biegen, dass er dann auch auf euren Kopf passt. Ja, das war der Adventskalender. 25 Tüchen. Freeze the moment. Das war halt mit unserem Weihnachten. Freeze the moment. Es heißt, freeze. Nochmal. Freeze. Eingefroren. Ja. Das habe ich mich ja nicht bewegt. So. Ja. Ja, also so im Gesamten. Ist gut. Kann man das Karneval? Ja, für Karneval nehmen. Wie hieß der? Nicht Mr. Spock, sondern... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn du meinst. So, hier. Also, wie fandet ihr denn den Kalender? Erzählt mir, welchen Adventskalender habt ihr denn dieses Jahr? In diesem Sinne. Mal wieder einen schönen Tag. Genau. Bis dann. Und lasst euch so langt werden. Tschüss. 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 Schnitzel. Schrauben. Ach. eon meus ... Oh. An die jasperin. Dann haben wir jagespringen müssen. Meter Hö Support. generators werdenх Da wWF F�s hinterfan.